Wir sind heute mit den Azubis aller Ausbildungsjahrgänge von The Family Butcher hier in Ostbevern im Bewerland-Ressort. Die Zielsetzung für die Azubis heute ist es, sich gegenseitig noch intensiver kennenzulernen, miteinander zu vernetzen und alle Grundwerte von Teamarbeit zu erkennen und zu verstehen. Wir haben heute im Laufe des Tages verschiedene Aufgaben gemacht. Eine wesentliche Aufgabe war es auch in einem Workshop, in einem Wordcafé, die Intention zu finden, was kann man tun, um noch mehr Nachwuchs, einen guten Nachwuchs für The Family Butcher zu finden und haben den Nachmittag mit zwei Aufgaben begleitet, die Teamarbeit und die Koordination und auch so, wie man in Projekten arbeiten soll, dass sie diese einzelnen Schritte erlernen und umsetzen können. Heute war mein Highlight, dass wir das Kennenlernen im Bingo gemacht haben. Ich fand es halt sehr informativ und dass wir auch mal die anderen kennengelernt haben. Mein Highlight war, als wir die Bretter zu einer Form bauen durften und da, wo wir nochmal unser Team stärken konnten. Ich finde diesen Azubi-Tag gerade wichtig einfach, weil man, wenn man sich selber kennenlernt, dass man auch noch die Bindung zueinander stärkt. Ich meine, wir sind The Family Butchers, umso mehr können wir ja immer mehr zu einer Family werden, wenn wir gerade solche Tage haben, wo wir uns gegenseitig auch fördern und die Beziehungen fördern. Vielen Dank.